Du hast tapfer gekämpft, Donkey God. Wir haben hier unsere Arschlähne noch. Krauser. Das ist ein Name. So männlich wie mein linker Hoden ist der Name. Ui, da ist ein Kraut. Noch ein Kraut. Hätte ich sie mal verbunden. Wäre cleverer gewesen. Ah, sehr gut. Noch ein Kraut. Wann hätte man sich hier heilen können? Hätte ich mir gar nicht so viel Mühe geben müssen. Ja, die ist auch echt... Wir haben ja noch... Also die Nervigen sind noch da. Das musste ich trösten, Talina. Mehr gibt's nicht. Es lebt damit. Leon, ich hab nicht viel Zeit. Also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Urturm gebracht. Beeil dich. Dann schaffst du's vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich... ...bedanken. Ja, stimmt. Gute Nacht, Kasi. Es sind heute eh nicht so viele Leute auf Twitch. Sind alle noch unterwegs, glaub ich. Nur das Beste vom Besten. Ist der schon wieder da? Wie soll man denn so schnell noch Geld bekommen in der Zeit? Mir gibt gar keinen Sinn. Ich kann höchstens mein Messer reparieren. Das Spiel ist... Oh, alt. Das Spiel ist super. Siehe beigefügtes Foto. Okay. Gebiet Burghof. Einen zerkratzten Smaragd verkaufen. Tobias, danke fürs Folgen. Halt. Schön, dass es dich gibt und du jetzt auf Twitch bei mir dabei bist. Noch ein Tobi, ja. Tobis gibt's wie Sand am Meer, aber... Es gibt gute Tobis und es gibt schlechte Tobis. Und ich wette, das hier ist ein guter Tobi. Noch 29 Follower. Ja. 300. 300 Leute, die mir dann folgen. Immer noch ein seltsames Gefühl. Das ist halt, wenn man live ist... Äh... Also ich hab ja... Danke fürs Reihenfolgen. Dankeschön. Schön, dass du da bist, Ghost Gladiat. Ich hab ja auf YouTube auch... Jetzt glaub ich mittlerweile über 2000 Follower. Aber das ist was anderes. Als wenn man die live hat. Noch 28, ja. Es wird. Es wird. Wie war's das denn für ein riesiges Männchlein? Oh oh. Bitte lass uns nicht gegen das... Rauswerfen, nicht töten. Was haben die daran nicht verstanden? Warum ist der eigentlich so übertrieben hässlich? Nicht schlecht, ne? Ja, Mann. War... Ein Jedi-Kick. Langsam hab ich genug. Verrecke! Du Hecke! Na, wer? Ah, die müssen weg. Au! Danke fürs kaputt machen. Aber auch, dass ich Schaden genommen hab, find ich nicht in Ordnung. So, ein Schuss in die Beine. Und ein Kick in die Fremde. Oh, ja! Oh mein Gott! It's the F, you! You can't see me! Stirb! Satans Brut! Stirb! Ja, was ist denn mit dir? Ah, das ist schön. Hab ich zwei, hab ich kaputt mal. Sehr gut. Zocki, gucke mal. Lolololo. Hab ich alles eingesammelt? Die halten aber auch viel aus. Ist da irgendwo ein Schatz? Ja, was macht er denn jetzt? Kommt er jetzt zu mir her, oder was? Jetzt kommt er aber. Jetzt ist er aber sauer. Jetzt ist er aber wütend. Hat er mir jetzt nicht gepasst, dass ich... Ah, was ist das denn für ein Scheiß? Wenn ich... Das ist falsch! Ich habe schon mal. Da piace aber, was ist... Das ist ja, ja. Ouch! Ja, ich bin ganz sicher. ist es sinnvoller jetzt zu laufen ich weiß es nicht genau mit einer starken Waffe aber eigentlich möchte ich die Munition gar nicht so verschwenden halt's Maul lebt halt noch noch wer alter ist es äh kommt der nicht her? hat der da keinen Bock drauf? ich dachte der rennt jetzt da ins Feuer rein ne ja so ne Granate hab ich ja jetzt du meinst so ne schwere Granate oder? aber macht denn der da? alter du hast Halsschmerzen ich laufe halt voll nein behindert für sowas bin ich zu dumm in so einem Spiel ja die Panzerfaust habe ich mir tatsächlich nicht gekauft meistens ist es dann man gibt 80.000 äh Geld aus und dann hat man so wenig Munition ah geh weg ah geh weg Sensenmann aus dem Weg aus dem Weg ha 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 bling bling damit hat der nicht oh was machen Sachen Ich will bloß den Schatz nicht verpassen. So, wie viele Kugeln rollen da jetzt? Und lauf, alter Mann. Macht das ja die ganze Zeit nichts anderes als den Hebel da aktivieren. Au! Du! Alter, wie können die denn diese ganzen Kopfschüsse überleben? Schau dir den mal an! Bremst sogar noch kurz die Kugel. Okay. In der nächsten Welle wird gerannt. Ja, der zweite Durchlauf. Hallo Yoshi, wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen, vermute ich mal. Also weil ich noch Last of Us 2 auf Erbarmungslos fertig spielen muss. Sonst köpfen mich diejenigen, die das sehen wollen, nämlich. Ich habe Resi 4 nämlich jetzt einfach nur so eingebaut dazwischen, weil es neu ist. Lass den Scheiß mal. So, wenn, dann mache ich das, gell? So macht man das. Da kommen nämlich Leute von unten. So. Genau. Geh du auch nach oben? Wie viele kommen denn da? Also ich werde wahrscheinlich auch Veteranen irgendwann das nochmal durchspielen. Aber ich muss erst, äh, Last of Us 2 fertig machen. Ja, war halt wirklich, gell? Schön, dass die so ein Element eingebaut haben. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Sonst muss ich sagen, ganz schnell hochlaufen. Was ist da unten? Ist der Kopf? Okay. Schauen wir mal. Einsammeln. Sehr gut. Gebt mir euer Geld. Manni-Boys in der Haus, ihr Bitches. Fertig, oder? Das waren alle? Ach, scheinbar. Ah. Hä? Guck mal, da ist ein TNT. Hast du gesehen? Talina, ich glaube, mit dem TNT kann man es auch machen. Ich schieße da mal drauf. Easy, Bruder, easy. Siehst du, so geht's auch. Hast du was gelernt bei mir? Wir haben Takeshis Castle zerstört. Talina hat was gelernt. Ich habe ihr den Abend gerettet. Gern geschehen. Du brauchst dafür nichts weiter tun, als mir zu folgen. Das reicht schon als Dankeschön. Siehste? Das sage ich doch. Der Zocki-Locki, der macht das. Aber ist halt eh egal, oder? Weil da ist mir ja an dem Kopf schon vorbei. Jetzt weiß ich nicht, ob man den weiter unten vielleicht schon schießen kann. Muss man mal gucken. Extra-Vagent-Uhr. Eine extra-Vagente-Uhr. Oh, Vag-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Und los. Ein Aufzug. Wie aufmerksam. Da kommt was. Angelaufen. Und dann Lilla-Vagent. Fett in die Fräse. Aber das war wichtig, dass ich den Roten erwischt hab. Weil der macht die alle zu komischen Dingern. Ah, das war jetzt vielleicht nicht so klug. Na, damit ich hier noch ein paar Typen töte. tack. Ja. 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 Ah, scheiße, auf deine Alm! Mann! Ah, scheiße, genau das wollte ich verhindern. Wie die mich immer Diablo nennen, obwohl ich noch der Normalste bin unter den ganzen Viechern hier. Oh Gott, der fährt... Nein, er bleibt stehen, nice. Kann ich mich wenigstens wieder ein bisschen bewegen hier. So, wer redet da? Halt's Maul! Riecht ihr, oh, wie Blumms, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal, ich geh hier weg. Ich hab'n Schatz vergessen, shit. Komm' ich da jetzt eigentlich nochmal zurück, oder bin ich jetzt hier... Das Original, meinst du? Das haben einige zur Zeit schon gesagt, dass sie das Original mal wieder spielen wollen. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ding-Dong! Weißt du, jetzt wegsnipern den Schädel und fertig. Ashley... Yoshi, danke dir. Ich hab's, glaube ich, sogar gelesen, aber ich war heute ständig auf Achse. Ich hab' keine Zeit gehabt, so wirklich auf mein Handy zu gucken. Wir haben auch einige von euch direkt um Mitternacht schon gratuliert. Das fand ich auch voll lieb. Ich glaube, die Pistole ist da machtlos, oder? Auf die Entfernung. Die Kupfhux, der Mitte! Die allererste war die Patti, die hat mir am Punkt Mitternacht geschrieben. Mir geht's gut, danke für die Gratulation, sehr freundlich von dir. Ich glaube, die Patti hat wirklich einen Punkt Mitternacht, als ob sie den Text... Ah, 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 das ist gefährlich. Als ob sie den Text vorbereitet hätte schon. Was ich dir durchaus auch zutraue. Ja, ja, tot? Einfach tot. Das ist es, wenn deine Gerüstbauer scheiße sind, weißt du? Mein Gott. Qualitativ minderwertig. Keine deutsche Qualitätsware. Klingt nach Patti, gell? Sehe ich genauso. Ashley. Ach, die Patti mag mich, glaube ich, wirklich. Auf normaler Ebene, wohl bemerkt. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Muss ich da einfach langsam drüber gehen, oder was? Ich war auch ziemlich fertig, ehrlich gesagt. Gestern vier oder fünf Stunden auf meine Nichte und auf die Nachbarstochter aufgepasst, während die erwachsenen Frauen sich da schön unterhalten haben. Obwohl es eigentlich ja mein Abend war, aber... Das spielt dann keine Rolle, gell? Wenn ich auf die Kinder aufpasse, dann ist das wurscht. Dann haben die ihren Spaß. Was für ein Fahrradloden. Du magst dann... Warst verwirrt, weil die jetzt tot sind, deine Freunde, oder was? Alter, jetzt stirb mal! Irgendwie siegbares Mist-Vibe. Komm, gib mir Pistolen-Munition. Ah, der Händler ist da. Wie auch immer er da hinkommt, aber er ist da und steht mir zur Seite. Nein. Ich hab mich auf's. Auch ich habe keine Angst. Und ich bin. Ich bin. Ich bin. Was wäre. Du. Ich bin. Du. Ich bin. Ich bin. Ich bin. ich bin eigentlich ganz gut aufgestellt gerade wenn man es mal so sieht kann ich nur irgendwo einen Schaden erhöhen aber die Bolzen benutze ich eh nicht du hast ein Ticket stimmt's sehr schön probier mal ob es passt wäre das wenn du noch was zu erledigen hast willkommen besten Dank willkommen ein hervorragender Deal du hast ein Ticket stimmt's ja sehr schön ja such dir eine Waffe aus ich kümmere mich um den Rest bist du beeindruckt komm jederzeit wieder hey wie dir ist nichts Besseres eingefallen was meinst du die muss schlau sein und mit mir klarkommen ja das stimmt das ist so eine der Bedingungen jetzt kommt gleich wieder ein Bossfight oder krieg auch schon wieder etwas Munition in den Arsch geblasen das ist immer ein Zeichen für Bossfight sonst noch irgendwas hier Dankeschön lieb von dir Hallo Sigi ob der gut küssen kann das war's doch nicht niemals das ist viel zu einfach hör mir auf naja klar du kannst dir eine Frau backen einen warmen Apfelkuchen die Macht Gottes es wird Zeit für die finale Nacht ah ja weh dein Ernst ja man gehen wir nicht auf den Sack muss noch rausfinden was der so tut schwingt schwingt der da nur hin und her oder was halt ah ii heiße Suppe der hätte es kaputt gemacht au au was ist hier los jetzt warte mal kurz ich bin ja auch gar nicht bereit ich muss mich erst mal umschauen was geht denn hier eigentlich so ab dass der mich frisst hast du mir aber jetzt nicht gesagt du ziehst weiter mit G okay da brauche ich jetzt aber noch irgendeine Art von Taktik vielleicht wenn ich ihn mit der Magnum in die Fresse schieße vielleicht stirbt er dann recht schnell aber der Magnum könnte für später noch nützlich sein hie sie sind in ihrem Drehbuch nicht mehr als eine Nebenfigur werden sie also nicht selbstgefällig sie haben ihren großen Auftritt lass mich aus deinem beschissenen Drehbuch raus oh na warum zeigen sie mir nicht für ein erstklassiges Drehbuch auszusehen machen sie es mir vor es kommt sag mal was haben die Dinger denn für eine Reichweite Alter Aua 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 Digger Digger Oh, ich hasse es, wenn sich Leute bewegen. Äh, ne? Böser Spruch, böser Spruch. Ach, nicht immer nachladen. Oh, jetzt ist er böse. Ich glaube, jetzt ist er böse. Habe ich ihn jetzt böse gemacht? Jetzt habe ich ihn böse gemacht. Oh, oh, jetzt will der mir die Eier abreißen. Ih, der hat Durchfall. Ih, der hat Dauerdurchfall. Schnell weg. Sag doch mal, wie gemein der ist. Was redet denn der da? Aua, verpiss dich. Ficker. Habe ich nicht gerade Energie genommen? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder Energie verloren? Alter, mach doch. Schieß doch, wenn ich schage. Oh, dieser Leon, der nervt mich. Was hat er gesagt? Jude. Ficken sie sich. Hässliger Fatzke. Danke, Christine, fürs Folgen. Gerne auch in Twitch, meine Liebe. Huh, mit dem letzten Schuss. Ach, das war jetzt gut, dass ich die Magnum hatte. Alles andere hätte jetzt nicht funktioniert. Was heißt hier endlich? Hallo, ich habe den übelst nicer Dicer mäßig gerippt. Endlich. Bruder, ich war wohl gut. Eineinhalb Anläufe habe ich gebraucht. Der Erste zählt nicht ganz, weil ich habe noch nicht ganz verstanden, was er eigentlich macht. Man muss ja immer, man muss ja immer gucken, was macht der Boss eigentlich. Und dann kann man sich ein bisschen drauf einstellen. Gut, ohne Magnum hätte ich ihn wahrscheinlich nicht geschafft. Fynn, ich heiße überall Zock-Arena. Ist die Trixie noch da? Schreibst du mal schnell deinen Copy-Paste-Text da rein? Damit die Leute wissen, wie ich heiße. Hä, da ist doch ein X. Da musst du vielleicht Twitch neu starten, wenn das bei dir nicht ist. Ah, benutzen oder herstellen? Ist Trixie nicht mehr da? Sigi, danke fürs Folgen. Ist Trixie nicht mehr da? Ist Trixie nicht mehr da?